Hi Leute und willkommen auf meinem Blog. Ich habe heute eine spezielle rote Jacke für euch mit ein paar echt coolen Details. Der Reißverschluss, der schließt Freundschaften, die länger halten als eine Saison. In den großen Taschen ist viel Platz für neue Erfahrungen. Und der Logo auf Nia signalisiert, du gehörst zu uns. Ja und der Hammer, diese rote Jacke kostet nur... Nicht käuflich, nur freiwillig. Die rote Jacke sucht freiwillige Helfer. Die rote Jacke kostet nur freiwillig.